Ja, wir können es ja dann irgendwann rüber tun. Ja, weil da läuft eh gerade niemand rein. Und da sind auch keine Bilderrahmen dran, um zu zeigen, was da drin ist. Geh' dich so weit weg, da will doch nur man hinlatschen. Da machen wir Schilder hin und schreiben hin, was da drin ist. Ich würde da Bilderrahmen hinmachen. Ja, weil Bilderrahmen kannst du nur eins hinmachen, auf Schilder kannst du dann vier Sachen hinschreiben. Weil da kann ich in eine Küche, die kann ich zum Beispiel auch mehr reinmachen. Ja, was? Ja, Grünzeug zum Beispiel. Grünzeug. Grünzeug. Mhm. Wo drei Sticks Eisen. Lol, so viel. Ja. Warte, jetzt kann ich schwimmen, denn schon das war zweieinhalb. Ja, zweieinhalb. Jetzt kommt da Treppen. So. Alter, das ist ein Skelett. Trissi, was machst du? Du bist gerade auch in der Höhle, glaube ich, gell? Ja. Ja. Alter, fick dich, du Schüßkelett. Hm. Auf jeden Fall so. Und auf jeden Fall so. Boah, ich glaub's nicht. Immer noch kein, oh, ficktes, Dschungelbiom. Ich glaube, ich mach das jetzt. Tragst du jetzt gerade die ganzen Sachen rüber, Jonas? Nö. Wieso? Mach ich gleich. Hm. Hm. Halt, ich hab gedacht, hier oben im Rathos wäre jetzt ein Skelett. Halt, ich bin von den Bäumen runtergefallen, ich will da wieder hoch. Jetzt kann man das eigentlich lassen. Wir haben doch Leder. Oh Gott, fünf Skelette auf einem Haufen. Ich kann auch kurz Bilderrahmen machen. Nein, 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 es leckt. Es leckt. Es leckt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ach, Janis. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, mach doch schnell. Oh, 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 oh. Ja, ich tue jetzt mal das Zeug rüber. Ja, okay. Oh, oh, oh. Ich mach mein Inventor aussortiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Alter. Ich musste gerade meine Grafik runterstellen und dabei habe ich fast, ich habe nur noch ein Herz, Alter. Oh, Skelett, Scheißhäfte, nein, 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 nein. Nee, erst mal brauche ich Essen. Wer hat Essen? Ich. Gib mal was. Nee, zu weit weg. Danke. Bitte. So. Blitzkümpe das alles. Ups. Ey, du baust jetzt nicht einfach die Kisten ab, Jonas. Doch. Warum? So nicht. Mach's doch anders. In der Küche war so wenig drin, das habe ich alles im Inventor. Ach so. Geh mal ein bisschen weit weiter von deinem Mikro weg. Oh. Bin voll weit weg. Ja, jetzt ist es besser. Ja, weil ich den Bruch und den Gegensatz zueinander doon. Und da war schon du jetzt im Laudesten. Alter, Janis. Alter, Janis. Alter, Janis. Dein blödes Tss. Boah, Alter, ganz ehrlich. Boah, was lacht dir jetzt dauernd? Ach, nix. Nur weil ich jetzt schon mit, wie Hardy anfangen, mit ganz ehrlich, oder was? Ne, ne. Alles cool, Janis. Okay, hier ist komplette Steinwüste. Ganz ehrlich? Ne. Guck mal, Janis, du musst mir gleich sagen, was du davon hältst. Oje. Oder ob das ein bisschen übertrieben ist. Was? Alter, hier sind so viele Kühe. Das glaubt ihr gar nicht. Ich schlacht mal alle und sag euch, wie viel Fleisch ich da rauskriegt habe. Ja, macht das. Koppel. Warte, gib mir mal Schwarzeichenholz. Vier Schwarzeichenholz. Das ist nur... Ne, das ist das Richtige. Macht dann auch gleich noch Schilder. Ja, es wäre nicht schlecht. So und so. Was noch? Oh, shit. Oh, ich hab vier Skype-Nachrichten. Scheiße. Ähm... Ähm... 81. Ähm... Nachrichten im... Äh... Battle. 81. Ja. Na, was haben die schon wieder hingeschrieben? Läuft. Man, wie mach ich das jetzt? Also, ich hab jetzt 25 Rinderfleisch. Oh, krass. Ich hab nicht mal die Hälfte von den Kühen, was da waren, geschlachtet. Was nicht mal die Hälfte? Ja. Ja. Kein Bock dazu. Ich muss weiter... ...Dschungel finden. So, so... Find ich eh keinen. Ja. Wenn man die Salzlinge zum Holz reintun. Äh, ne. Will ich nicht. Geh dann zu pflanzen, oder? Pfff, ja. Ja, Grünzeug. Ja, Grünzeug. Och, nö. Nur Eiche und... Ich hab Level 30 wieder. Oh, lol. Das ging aber schnell. Das ging aber sehr schnell. Ich bin noch immer Level 14. Oh, dann bin ich ja nicht der Letzte. Ich hab 16 Leder, falls jemand Leder braucht. Äh, mein Holz ist verschwunden. Wut? Dann fahren wir halt schnell Neues. Das geht ja mit Timbermode richtig easy. Ja. Holt ihr einfach was aus der Küche? Ja, nimm Birkenholz, wenn du Sticks machen willst. Ich will aber keine Sticks machen, sondern ich baue immer noch am Rathaus. Das hat grad mega gelegt. Ja. Äh. Ja, bei mir hat's vorher mega gelegt. Bist du Papier bei Grünzeug? Frag mich nicht. Äh, halt. Äh, Jonas, wenn du rüber gehst. Ja. Bringst mir vielleicht pures Eichenholz mit. Warte, nimm mal das mit. Oder bist du voll? Nee, ich bin voll leer. Burg ist Eichenholz. Ja, wenn's geht. Warte, nimm das doch mit. Wie viele Stacks? Ein. Wir haben, glaub, nur noch ein Stack. Oh, was ist das da eigentlich? Ja. Das Eichenholz. Ja. Haben wir eins, zwei, drei, vier, vier, vier Stacks. Ja, okay. Also ich mein halt, nicht das verarbeitete Holz nur das lassen. Boah, leck mir doch die Nüsschen. Oh, leck mir doch die Nüsschen, ja. Was hast du jetzt vergessen? Hey, meine Mom ist wieder zu Hause. Was hast du jetzt vergessen? Oh. Was war, was war sie denn? Einkaufen, oder? Nee, wahrscheinlich von meiner Tante, oder so. Ach so. Hey, Einkaufen war aber echt ein geiler Witz. Ja, wer weiß, wie lang die Supermelden in Österreich offen haben. Die ganze Zeit. Ach nein, komm, ich find alles, ich find Pilzbiome, ich find so scheiß Lehmbiome, aber kein verfickten. Boah, das ist schon wieder ein Schwarzeichenbiom. Ah, die sind mega oft geworden.